Ah, fass mich bloß nicht an! Mach den scheiß Abflug! Spinnst du, Arschloch? Willst du mir etwas sagen, ha? Hast du immer noch so eine große Klappe? Was? Verpiss dich gefälligst! Hey, culero! Willst du's wissen? Clevere Technologie? Sau dumme Typen! Oh nein! Oh nein, nein! Was geht ab, Holmes? Ich meine, du bist ein Kind. Scheiße, jeder unter 35 ist ein Kind für mich. Nach all der Scheiße und Gewalt, wie in der Upstairs Lounge in New Orleans. Das sollte alles Vergangenheit sein. Das haben wir überlebt. Und dann Aids. Und dann haben wir uns geoutet. Und shit? Gerade erst kamen die Schwulen-Ehe. Si, si, esta bien, por supuesto. Ja, ja, klar. Okay, ja. Was auch immer. Nicht wahr. Verarschst du mich? Aha. Ja. Auf gar keinen Fall. Orale. Die beiden neun, Ray und Arturo, die hatten, glaube ich, gar keinen Plan, was sie da tun. Als würden sie nicht wollen, dass das Projekt gut läuft. Die haben endlos die Produkte hergestellt, die sie wollten. Ohne jeden Sinn und Verstand. Es gab für die beiden kein Halten mehr. Und Arturo. Arturo. War einfach überfordert. Und konnte keine einzige Entscheidung fällen. Ah, pinche, puta madre, fuck, fuck. Was denken sich diese Stricher? Bestelle jetzt das Watch Dogs 2 Bundle. PS4 for the players.